Hi Korns, heute erkläre ich euch mal alle Easter Eggs aus meinem Safe Room. Die gute alte Schreibmaschine, die kennt ihr ja alle, die haben wir mal Second Hand gekauft. Dann diese Bilder, die haben wir vom Flohmarkt. Das da hier war mal ein billiger Plastikschädel aus der Serie, die gefloppt ist, Joy. Das aus Resi 7 und 8, bisschen Munition, die blau, rot und grüne Pflanze. Da haben wir für die Lady Dimitrescu ihren Wein, dass sie auf ihrem Pegel bleibt. Margraids Laternchen aus Resi 7, hier haben wir die Truhe von Lisa Trevor. Und wir haben auch hier oben, da komme ich halt schlecht hin, weil ich klein bin, das klassische First Aid Spray aus Resi 1. Ein Easter Egg an meinen Sohn, weil er Giraffen liebt. Hier diese Bilder, die haben wir gebraucht für den Dreh. Hier haben wir noch den Armourpfeil, kennen wir aus Resi 1 Remake. Und dann waren wir bei Lady Dimitrescu im Schloss, haben ein bisschen was geklaut. Das sieht auch geil aus, finde ich. Hier zu guter Letzt, ganz wichtig, die leere Whiskyflasche meines Mannes.